Die Diskussion über Sexualpraktiken ist ein wichtiger Bestandteil des Verständnisses der menschlichen Sexualität und der individuellen Vorlieben. Statistische Daten über die Zahl der Studentinnen im Alter von 18 bis 25 Jahren, die Analverkehr hatten, zeigen eine bemerkenswerte Bandbreite von Ergebnissen, die unterschiedliche Ansichten und Erfahrungen widerspiegeln. An der Spitze dieser Liste stehen die Vereinigten Staaten mit einer Zahl von 73,4 Prozent, gefolgt von Russland mit 67,3 Prozent. Diese Zahlen könnten auf verschiedene Faktoren wie kulturelle Einflüsse, Bildungsniveau und gesellschaftliche Normen hinweisen. An dritter Stelle steht Deutschland, wo 63,1 Prozent der Studentinnenangaben bereits Analverkehr gehabt zu haben. Diese Zahl könnte ein Hinweis auf die offene Einstellung zur Sexualität in der deutschen Kultur sein. Die Niederlande und das Vereinigte Königreich teilen sich den vierten und fünften Platz mit Werten von 28,7 Prozent bzw. 26,8 Prozent. Diese Ergebnisse könnten auf die fortschrittlichen Ansichten in Bezug auf sexuellen Ausdruck und Offenheit in diesen Ländern hinweisen. Die übrigen Länder weisen eine große Bandbreite an Werten auf, von Japan mit 2,4 Prozent bis Frankreich mit 13,7 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen die unterschiedlichen Einstellungen zur Intimität und die individuellen Vorlieben in den verschiedenen Kulturen. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Daten nicht nur statistische Informationen sind, sondern auch die Komplexität der menschlichen Sexualität widerspiegeln. Die Entscheidung für bestimmte Sexualpraktiken kann durch individuelle Vorlieben, persönliche Erfahrungen, kulturelle Einflüsse und soziale Normen geprägt sein. Letztlich unterstreichen diese Ergebnisse, wie wichtig es ist, individuelle Entscheidungen und sexuelle Ausdrucksformen in einer vielfältigen und integrativen Gesellschaft anzuerkennen und zu respektieren.